Frag den Rabe! Junge Menschen möchten in das Berufsleben starten, aber in diesem Jahr ist das besonders schwierig. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze ist erheblich zurückgegangen, um über 13 Prozent. Wir versuchen mit den Berufsschulen Brücken zu bauen und zu helfen, dass diese Schwierigkeit ein Stück geheilt wird. Und deswegen haben wir erstens zahlreiche schulische Ausbildungsplätze geschaffen, zum Beispiel für die Erzieherausbildung, die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz oder die Ausbildungsplätze in den Gesundheitsberufen erhöht. Zweitens, wir haben für alle diejenigen, die in der freien Wirtschaft zurzeit noch keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, ein Ersatzangebot an den Berufsschulen gemacht, das später in den beruflichen Ausbildungen der Betriebe fortgesetzt werden kann. Und drittens, alle diejenigen, die schulpflichtig sind und überhaupt keine Chance haben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, die werden an den Berufsschulen in unserer Berufsvorbereitungsmaßnahme Ausbildungsvorbereitung dualisiert aufgenommen. Mit diesen drei Unterstützungsmaßnahmen versuchen wir größtenteils den erheblichen Rückgang hier aufzufangen. Das ist anstrengend, aber wir gehen diesen Weg, um den jungen Leuten zu helfen. Dennoch appellieren wir an die Wirtschaft, hier nicht müde zu werden und weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank.